Zuhause darf er nicht mehr knacken, deswegen muss er hier auf dem Trail rumknacken. Auf rohen Eiern die zweite. Oh oh, bringen die nicht um? Die schöne Leine ist weg hier, das ist immer diese Kacki hier. Was für ein Geschepper! Auf rohen Eiern, richtig! Das nächste gut? Scheiße! Irgendwie ganz fremdes Fahrrad für mich heute. Ich auch, ich leg mich liebem Motorradfahrer in die Kurve rein. Was ist los hier? Auf rohen Eiern die dritte! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Boah, ich hab gar keinen Grip ey! Junge, Junge, Junge! Ich hab gar nichts hier, Alter! Boah, was für eine Scheiße ist das heute ey! Boah, ich hab gar keine Grip! Die Scheiße bin ich noch nie gefahren ey! Leck mich am Arsch ey! Junge, Junge! Das sieht auch genau so bescheuert aus! Boah ey! Was ist denn los heute? Boah, der kennt ja das! Woran kann er leben? Das sieht aus, als ob er heute das erste Mal am Fahrrad ist! Wirklich ey! Als wenn ich schon drei Jahre noch nicht mehr gefahren wäre! Da muss man ja sagen, das Schmidchen ist ja schon eine Granate! Der fährt zwar bei mir ja und fährt dann auch immer gut! Ne Schmidchen? Ich will nur wissen, ob du unsere Videos guckst! Genau, Dreckslappen du! Hab ich gestern gefragt, nein! Er hat keine Zeit! Er ist schon verplant, der Lappen! Ja, so beschäftigt! Ja, so beschäftigt! Oh, oh, das war mein Schaltwerk! Das war ja mein Schaltwerk, Alter! Schaltwerk getroffen! Ein Baum da oben! Alles gut! Oh, was für ein Kack hier! Wir hätten doch lieber Bier trinken sollen vorher! Dann tut das hinfallen nicht so weh! Ja! Dann gucken wir mal, wie es weitergeht! Ob es das noch ändert oder nicht! Vielleicht nach der Kanne Bier! Da vielleicht! Dann sind wir aber auch woanders! Bis gleich! Ruhe Eier, die vierte! Komm einfach nicht rein, Leute! Komm nicht rein! Au! Oh, da wird Holz gefällt! Holz abgeholt! Lass dich nicht anquatschen! Fahr schnell weiterwenden! Okay! Der Double ist weg! Der Double ist weg! Das 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 ist weg! Ah, ja! Die wilde Reise! Wir können beginnen! Wir sind gerade hinten! schon ein bisschen besser jetzt! Schon ein bisschen anderes Terrain! Das kannst du dich nicht vergleichen! Die losen Steine da hinten, Alter! Die ist... We're right! Auf die Brandesel! Fertig! Los! Auf die Brandesel! Und wo sie kaufen? Eine Euro die See! Eine Euro die See! Das heißt ja, dass der nächste auch tot sein wird. Ich weiß nicht, der ist ja noch gut befahren eigentlich. Die Lame Boys, die fahren da sowas nicht. Oh oh, oh oh. Was ich noch gut erwähnen wollte, ich habe dieses Fahrrad jetzt schon 13 Monate. Mein Rekord. Was ist das denn? Mein Rookie schon 15 Monate, mein Rekord. Guck mal hier, Alter, warte mal. Was ist das hier für ein Zeichen gewesen? So ein sprichender Vogel. Sprachbefehl hast aktiviert. Hast du gehört? Wie lange hast du das? 15 Monate habe ich meinen Rookie schon. Sag nur mal einer, ich bin wechselfreudig. 15 Monate schon. 13 Monate. Und dann habe ich jetzt auch schon 8 Monate. 8 Monate. Ich muss wirklich sagen, das Ding war schon zweimal im Finale hier. Zweimal im Finale. Meins schon einmal. Im nächsten Monat wahrscheinlich genau das. Ja. Wir haben gebucht, aber... Wir machen es wetterabhängig. Wir stornieren vielleicht. Ja. Da hinten sind so lehme Bio-Biker. Die trauen sich da nicht. Die sind schon eine halbe Stunde da hinten, Alter. Komm, wir fahren weiter. Geil war gerade. Ohne Scheiß. Ich will hier keinen Shitstorm auslösen. Aber... Die haben gesehen, dass wir gekommen. Haben gesehen, dass wir komisch stand am Trail-Anstieg. Haben gesehen, dass wir E-Biker sind. Und da wollten sie sich noch schön vordrängen. Wir waren voll im Flow so. Ja, und dann nach der ersten Kurve... Ach, ich will es gar nicht wiederholen. Haben wir schon so oft erlebt. Diese coolen Typen, die immer meinen, die haben es drauf. Und weil wir ja E-Biker sind. Stolze E-Biker. Ganz klar gesagt. Denken die immer, wir können kein Fahrrad fahren. Das ist immer geil. Macht Spaß. Stopp. So. Ich mache Spaßbefehler. DJI Stopp. Geht nicht. Stop Recording heißt das, glaube ich. Stop Recording. Nein. DJI Stop Recording. Stop it. Stop Recording. Record stop. Ja. Auf, auf. Und guck, ob ich hier belaufe. Wie viele E-S-Dinge. Boah. Boah. Sehr losig, Alter. Sehr losig. Sehr losig. Boah. Was ist denn los, ey? Boah. Was ist denn los, ey? Boah. Boah. Geht so weg das Vorderrad. Ich verste... Boah. Boah. hier. 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 Ja. Wirklich, Alter. Oh. Woah. Und sonst. Okay. ich komme nicht rein heute, verdammte Scheiße, ich komme nix rein es wird nicht besser ein wunder, dass wir noch nicht gelegen haben oh, okay der ist wo auch nicht gefahren hier ein geschotter Alter, Scheiße oh krass die ganzen Büschen in der Fresse na hier, guck mal, ab hier ist richtig tot ja, ist doch grad dieses steile Schottrige da hier ist nix passiert verdammt tot, Alter richtig tot hier ist nix mehr also die machen gar nix mehr vielleicht ist der Typ auch in Rente gegangen der es hier sonst immer gemacht hat oder ist ausgewandert oder, oder, oder also, Kollege der es hier baut, bitte melde dich wir helfen dir wir helfen dir beim Weiterbau alles eingezogen jump ist weg ja, okay alles weg 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 ist er oder ja 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 ne 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 Das war's für heute. Ich weiß es nicht. Das war's für heute. weiter geht's mit unserem leckeren gesagt michael ist schon blau wie drin zeig mal du kannst noch voll alter das label zeige ich nicht hier ist dahin geht die pulle und er ist schon blau sagt das ist jedes mal wenn ich mit ihr unterwegs bin ich bin blau mit alle macht wenig spaß an der mit alle kann man schlürfen und schlürfen da wird lustig mich versagt in sich na ja so gleich geht es weiter wenn jetzt 1000 m jetzt gleich noch mal das gleiche und dann geht's ab nach hause freut euch auf die nächsten trails so auf geht's dansturm trailpark israel ohne worte haben wir nichts zu sagen kein kommentar zum trailpark wie er noch mal ich auch jedes mal es ist so verführend das ist doch kacke alter ist ja da denkst du gar nicht mehr du siehst von oben dass hier alle rein fahren ist doch mega der beste boden den es gibt schönen nadelwaldboden torf auch herr das ist das so Noch viele Trails, dann sind wir durch. Wir haben jetzt 17.13 Uhr, wir müssen keinen Roadtrip machen, wir können zuhause bleiben. So, bis gleich, 700 wollen wir noch machen, solange bis der Akku leer ist. Ja. Leute, ich habe gerade einen Spacer tiefer gesetzt, 5 mm. Es ist mega, mega, sage ich, mega, richtig viel Grip am Vorderrad jetzt. Wie nennen wir den Trail hier? Tagebuch-Trail, Alter, Tagebuch-Trail. Ich habe nämlich gerade schon ins Tagebuch geschrieben. Am Anfang vom Trail. Lehm-Boy! Lehm-Boy! Richtiger Lehm-Boy! Richtiger Lehm-Boy, Alter! Richtiger Schlangen-Trail! Der Snake-Line! Lehm-Boy! Weiter! Der ist immer in Ordnung. Dann bis dann auch los. Los geht's, jetzt kommt, und dann patience auf. Ich bin bei den Ästschen nicht so. Ich bin bei, in meinemателяRIA. Ich habe noch ein paar Melan उ Central त्याव, myाव बश्राव, myाव बश्राव, myाव बश्राव, myावश्राव, myावश्राव, myाव्राव, myावश्राव. Als nächstes� is now a step-ùng. Man geht's in general, so weit mehr mit dem Segans, I can do s' Oh Mann da! Aua mein Bein, Aua mein Bein, übel ist mein Bein geknackt, Alter. Wie hast du dich gemault? Ich war so langsam, dann bin ich hier rechts runter, Alter. Du warst so langsam, dann bin ich hier rechts runter geflogen irgendwie. Dann habe ich meinen Fuß abgestützt und hat es gemacht, Alter. Oh, schon wenn der Schmerz nachlässt, ey. Boah, Junge, Junge, richtig geknackt, Alter. Boah, krass, ey. Aua, Aua, Aua. Unterhalb des Knies, oder was? Alles, alles von hier oben bis nach unten. Vertreht beim Auftreten, oder was? Vertreht beim Auftreten, oder was? Ich weiß es nicht. gesprungen, abgestützt und dann bin ich geflogen. Du sagst doch wieder nichts, ne? Was soll ich denn sagen? Du kannst mal rufen, Alter. Ich kann nicht gehen, Junge, durch Schmerzen ist man da. Ich konnte nicht rufen. Was ist denn? Ja, hier. Was ist denn dein Busch, Alter? Boah. Du siehst auch nichts hier, ey. Ich trug scheiße hier. Scheiße, ey. Ich kann nicht anspannen, sofort. Ja? Du hast kein Band gerissen, Alter. Vor dem Muskel, vor dem Muskel, Alter. Du bist übelst gepenkt, Alter. Am Knie ist nichts. Ist auch nichts. Ist alles unterhalb. Hier? Ja, da unten in der Wade, Alter. Boah. Ja, da. Muskel. Muskel wird das sein. Ja. Boah. Alter, ich kann nicht. Boah, ey. Scheiße, Alter. Da, Junge. Ich hab übelst geknackt. Das hab ich noch mitgekriegt, ey. Scheiße, ey. Du bist doch rechts an den Sprung vorbeigeschaut. Nee, ich bin den Sprung gesprungen, Alter. Und dann bin ich... Keine Ahnung. 10 Meter weg. Weg gedriftet. Das Problem ist, so sieht die aus. Nee. Sehen tust du nicht viel, Alter. Stimmt schon, ey. Ich hab' alles zugewogen. Ach. Ich hab' immer mal gucken, Alter. Ich bin ja nicht so vorriktig. Boah. 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 Hier knackt irgendwas. Sie ist ja angebrochen, ist gleich durchgebrochen, Alter. Wenn was mit dem Muskel sein, ist das Problem. Aussehentlich sieht man gar nichts. Gar nichts. Ich bin hier hoch und sehe nur den leuchten Helmen. Jetzt kommt jetzt zu hier alles, ne? Wirklich zu, Alter. Da unten wird noch schlimmer. Gibt gar nichts, Alter. Geht? 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 Geht?